Mein Name ist Amke Stroman. Ich komme gebürtig aus Ostfriesland. Jetzt wohne ich in Eiterfeld mit Ralf Litz, meinem Lebenspartner. Auf unserer Anlage stehen ca. 200 Pferde. Wir züchten auch selber. Die Hengste laufen teilweise mit ihren Stutenherden auf den Koppeln. Hier auf der Anlage sind ca. 10 Leute beschäftigt, die für das Wohlergehen der Pferde sorgen bzw. für das Wohlergehen der Menschen. Wir haben jemanden, der kocht. Wir haben immer wechselnde Leute hier, wie Hufschmiede, Tierarzt, die ab und zu dann mal da sind. Mein Tag sieht so aus. Morgens aufstehen, frühstücken und dann wird eigentlich den ganzen Tag geritten. Ein Pferd nach dem anderen, solange es dann Feierabend ist. Wir versuchen meine Sportpferde abwechslungsreich zu trainieren. Sie gehen eigentlich einmal am Tag in die Maschine, werden einmal am Tag gearbeitet, entweder reiten oder longschieren. Wenn es vom Wetter her geht, können wir jederzeit ins Gelände reiten, was bei uns hier direkt vor der Haustür ist. Die älteren Pferde springen zu Hause gar nicht viel, werden nur leicht gymnastiziert. Ich möchte euch gerne vorstellen mein persönliches Maskottchen. Der fährt eigentlich zu jedem Turnier mit. Er wird jetzt 93 Jahre alt. Er ist der erste, der einsteigt in Lkw und der letzte, der aussteigt. Und die Lotta hat es vergessen. Und die Lotta. Lotta ist der Hund.